Hallo, in diesem Tutorial geht es um eine weitere Freistellungsmethode in der Software Cutout. Heute schauen wir uns die Freistellung über die Grammarkey-Variante an. Diese empfiehlt sich, wenn der Hintergrund sehr einfarbig ist. Jeder von euch hat sicherlich schon mal am Set so einen grünen oder blauen Hintergrund gesehen. Ich möchte euch heute in diesem Tutorial aber zeigen, dass es selbst mit einfarbigen, zum Beispiel einem hellen weißen oder grauen Hintergrund möglich ist. Viel Spaß dabei! Direkt nach dem Start der Software kann man sich hier über die linke Seite, über seine Festplatte und die vielen Ordner in diese Dateiablage vorklicken, wo die Bilder bzw. das Bild, welches jetzt freigestellt werden soll, liegt. Auf der rechten Seite kann man zum Beispiel die Anzeige der Bilder verändern, aber das kennt ihr sicherlich aus der ganz normalen Windows-Einstellung. Hier oben gibt es in dem Menü noch verschiedene Menüreiter, das Grundmenü mit verschiedensten Möglichkeiten, aber auch die Möglichkeit, sich das einzelne Bild anzeigen zu lassen. Dann gleich die Freistellungsmethode, eine weitere Bearbeitung, aber all diese oder viele dieser Funktionen können wir auch noch zu einem späteren Zeitpunkt starten. Beginnen wir nun mit der Freistellung unseres Portraits. Nachdem ich das Bild, welches ich jetzt freistellen möchte, angeklickt habe, klicke ich oben auf die Funktion Freistellen. Cutout bringt insgesamt drei verschiedene Freistellungsmethoden mit. Zwei davon haben wir bereits in einem Online-Tutorial behandelt. Heute geht es nun um die letzte, die Chrome-Archiv-Freistellung. Sobald das Bild eingeladen wurde, habe ich auf der rechten Seite verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und Parameter, unter anderem auch die Pipette, die mir nun hilft, den Hintergrund zu identifizieren. Damit klicke ich die Pipette an und wähle mir den Farbton des Hintergrunds, der freigestellt werden soll. Spätestens jetzt sollte klar sein, dass der Hintergrund möglichst einfarbig sein sollte. In wenigen Sekunden hat die Software nun den Hintergrund ziemlich perfekt freigestellt. Zum Ende der Freistellung erhalte ich zwar noch einen Hinweis, dass ich eine andere Freistellungsmethode besser empfehlen würde, aber ihr müsst einfach bei euren Bildern die passendste der Varianten ausprobieren. Das ist auf jeden Fall nur ein Hinweis, kein Fehler. Ich bestätige nun die Freistellung mit OK. Wer nun genau hinsieht, erkennt an der linken Schulter des Models, dass die Software das Weiß des Hintergrundes nicht vom Oberteil unterschieden hat und somit auch freigestellt wurde. Das ist aber kein Problem für Cutout, denn ich habe ja, wie bereits erklärt, auf der rechten Seite verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und Parameter. So kann ich jederzeit zum Beispiel mit dem Malwerkzeug falsch interpretierte Bereiche wiederherstellen oder zusätzlich löschen. Dazu wähle ich also das Malwerkzeug aus, fahre in das Bild und beginne einfach wieder zu malen. Wie wir gerade sehen, ist der Pinsel aktuell sehr klein. Aus diesem Grund kann ich links oben die Pinselgröße neu justieren und etwas vergrößern. Hier lässt sich auch die Weichheit oder die Deckhaft des Pinsels einstellen. Mit einem etwas größeren Pinsel habe ich es jetzt sehr einfach und kann die Bereiche wieder dazu malen. Wer es etwas genauer machen möchte, kann über das Scrollrad in das Bild reinzoomen. Wenn ich dann doch mal etwas wegradieren muss, kann ich jederzeit aus dem Pinsel einen Radiergummi machen und klicke dazu die Großschreibtaste und ihr seht, der Pinsel bekommt nun ein Minus und ich kann diese Bereiche wieder wegradieren. Sobald ich die Taste wieder drücke, habe ich das Plus und kann jetzt erneut wieder malen. Nach jedem Arbeitsschritt wird der Bereich, der gerade bemalt oder radiert wurde, wieder sauber berechnet und jetzt ist mein Bild fertig freigestellt. Wenn ich nun mit meinem freigestellten Bild zufrieden bin, klicke ich rechts unten auf Übernehmen. Nun stehen mir verschiedene Nachbearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Ebene zu duplizieren, mein Objekt hervorheben, einen professionellen Hintergrund zu wählen oder einen eigenen Hintergrund zu setzen. Den eigenen Hintergrund habe ich bereits in den anderen Tutorials gewählt und kann auch später jederzeit, wenn mein Bild freigestellt ist, die Hintergrundebene noch austauschen. Bei dem professionellen Hintergrund kann ich mir einen schwarz-weiß Hintergrund wählen mit einem Farbverlauf, aber das hatte ich ja eben im Original schon. Aus diesem Grund wähle ich jetzt Ebene duplizieren und habe nun auf der rechten Seite zum einen mein freigestelltes Model und in der anderen Ebene als Hintergrund-Ebene das Original. Diese Ebene kann ich aber auch jederzeit ausblenden oder mit den ein oder anderen Farbbearbeitungstools der Software verändern. Über neue Ebene kann ich jederzeit zum Beispiel auch die Hintergrund-Ebene abändern oder ein weiteres Bild als Hintergrund einfügen. Das kann ich euch später aber auch noch mal zeigen. Wenn wir nun Veränderungen vornehmen wollen, das heißt die Helligkeit, die Farben, die Tiefenschärfe und, und, und müsst ihr immer aufpassen, welche der beiden Ebenen ihr gewählt habt. Ich bleibe jetzt in meiner freigestellten Ebene und möchte euch auf der linken Seite das ein oder andere noch zeigen, wie ihr euer Bild verbessern könnt. Zum einen gibt es in der Funktion Umwandeln Möglichkeiten, wo ihr eure Ebene spiegeln könnt. Ihr könnt über die gleiche Funktion das Bild beschneiden oder auch die Bildgröße abändern. Wie wir auf der rechten Seite nun sehen, liegt mein gespiegeltes Bild jetzt links und mein Original-Hintergrundbild rechts. Wenn ich nun also etwas an der Belichtung verändere, wirkt sich das aktuell auf meinem linken Bild aus. Immer dann, wenn ich eine Funktion wähle, kommt in der Regel eine Detailbearbeitungsmöglichkeit und ihr müsst hier einfach die Regler verstellen. Ihr könnt alle Änderungen annehmen oder abbrechen oder mit OK bestätigen. Jetzt sehen wir schon die ersten kleinen Veränderungen zwischen dem Original auf der rechten Seite und der Spiegelung auf der linken Seite. So gibt es auch noch verschiedene automatische Belichtungsmöglichkeiten, Spottmessung oder auch eine Belichtungskorrektur. Über spielerische Art und Weise beziehungsweise über das Vergleichen könnt ihr hier sehr schnell euer Lieblingsmotiv beziehungsweise die Lieblingseinstellung finden. Indem ihr einfach euch durchklickt und euch anschaut dunkler, heller oder später gleich noch farbiger. Ihr könnt hier also sowohl die Belichtung einstellen als auch die Farbe und so den für euch passenden TUR beziehungsweise Farbstich wählen. Ihr könntet jederzeit eure Einstellungen und Tests zurücksetzen und wieder bei Neuem beginnen. Wenn ihr euch für eine Kombination entschieden habt, klickt ihr auf OK und diese Einstellung wird dann übernommen. Ihr könnt auch jederzeit mit der professionellen Belichtungskurve arbeiten und so eure passende Helligkeit des Bildes einstellen. Cutout bringt für jeden User individuelle Einstellmöglichkeiten mit. Neben der Bearbeitung der Belichtung bringt Cutout noch viele Farbveränderungsmöglichkeiten mit, vom automatischen Weißabgleich, dem manuellen Weißabgleich auch weitere visuelle Farbänderungen. Ihr könnt eure Ebene auch in Graustufen umwandeln. Auch hier lassen sich verschiedene Einstellungen und Individualisierungsmöglichkeiten sehr einfach darstellen und neben der Graustufen Umwandlung habt ihr auch die Möglichkeit die dunklen Tiefen die Mittelgrau oder die Lichter die hellen Bereiche des Bildes einzufärben. Dazu klickt ihr auf die jeweilige Funktion und stellt dann über den Farbkreis den Farbton ein. Das ist ein Kann kein Muss. Ich möchte euch einfach verschiedene Möglichkeiten vorstellen. Auch unter Verbesserungen findet ihr noch einige Bearbeitungsmöglichkeiten für eure Bilder. Schaut euch die einzelnen Funktionen einfach an. Hier findet ihr auch einige Bearbeitungsfunktionen die speziell für Portraits geeignet sind. Und wie bereits beschrieben bei den meisten Einstellungen müsst ihr lediglich die Regler nach links oder nach rechts bewegen einfach so dass es eben zu eurem Bild passt. und wenn ihr mal die andere Ebene bearbeiten wollt dann wechselt einfach auf der rechten Seite die Markierung und wählt dann euren gewünschten Effekt aus. Ihr könnt auch jederzeit eine Textebene hinzufügen. Dazu wählt ihr euch rechts oben das Textwerkzeug positioniert den Cursor dort wo ihr ihn haben wollt und schreibt oben mittig habt ihr nun verschiedene Textbearbeitungsmöglichkeiten ihr könnt die Textfarbe abändern aber auch die Schriftart oder die Schriftfarbe und Schriftgröße. Der Text liegt dann in einer eigenen Ebene und kann so jederzeit wieder verändert werden. Wenn ihr dann doch mal den Hintergrund austauschen wollt könnt ihr das hier über neue Ebene und zum Beispiel die Funktion Hintergrund Ebene ändern auswählen oder ein ganz neues Bild in eine eigene Ebene laden. Hier oben in der Mitte gibt es noch eine Funktion was stimmt nicht mit diesem Foto Hierüber könnt ihr noch weiter Bild Bearbeitungen vornehmen Egal ob es um Landschaftsfotos geht oder wie in unserem Fall um ein Portrait Über den Assistenten stehen nun verschiedene Nachbearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung rote Augen Gesichtsform die Reinigung der Haut beziehungsweise das Wegstempeln von Flecken und Unreinheiten Von dort aus komme ich in die gleichen Bearbeitungsmöglichkeiten die wir vorhin schon mal gesehen haben All das findet ihr oben über den Erste Hilfe Kasten was stimmt nicht mit diesem Foto Wenn ihr mit eurer Collage zufrieden seid findet ihr über die Speicherdiskette die Datei Speichern Funktion Hier lässt sich die Projekt Datei speichern Das heißt die Datei die eure Bilder kennt die alle Einstellungen und Ebenen kennt Ihr könnt also zu einem späteren Zeitpunkt genau an der gleichen Position weiter arbeiten oder ihr speichert einfach nur das finale Bild als JPEG oder PNG Datei Hier können Bildgröße oder Bildqualität eingestellt werden und am Ende wird noch der Dateiname und der Speicherort gewählt Nun sind wir fertig mit unserer Collage und ich wünsche viel Spaß beim Nachbasteln und viel Spaß beim Arbeiten mit Cutout Out